Der Typ ist nicht da. Wir können auch nicht in den Verbandskasten, dann kommen wir auch nicht. Wasser ja auch nicht. Das können wir nicht, ne? Ah. Jungle Jazz Bar. Können wir mit den beiden Pfeifen vielleicht einmal reden? Der Hotspot? Wenn ihr zwei verloren habt. Los geht's! Los geht's! Das stimmt. Okay. Wofür haben wir die Schrauben? Ich brauche das. Ich brauche meine Hand. Ah, siehst du. Die fressen einfach. Das ist richtig. Das ist jetzt mein Toi. Ich glaube, denen gefällt das nicht, wenn wir das machen. Das ist jetzt meins. So, dann werfen wir ihm mal den Gummiball zu. Ne, komm. Hol das. Hol den. Hol den dann. Wo ist's? Egal, dass sie darauf reagieren. Ups. Oh nein. Woher kam das Auto? Es war ein mördernde Tod-Robot-Kid. Lass uns nicht zu lange lachen. Wie mies, Alter. Wo war der Ball? Die anderen Hunde haben irgendwie verloren. Ich habe sie, Ted. Ich habe Augen, Junge. Bleib auf. Echt? Sei leise. Die sind noch am Fressen. Sehr geil. Ich sage dir, das Spiel ist gut. Bis jetzt ist es so. Es hat auf jeden Fall seine Höhepunkte. Und ne, echt jetzt? Dad, warum ist dein Leben so farcical? Ich dachte, ich wusste, Junge. Es ist als ob ein Klauch hat mich gebrochen. Great. So, now what? Okay. So, once you get over that fence and into that factory... Forget it, Bear. Ich bin nicht auf die Fresse. Well, ich glaube, es ist nur eine Sache. Ist es mir auf die Fresse? Ja. No. Ich meine, nein. Okay. Wir können und fragen Fixie für Hilfe. Sie können uns helfen. Okay. Meine Verteilung ist auf, Fixie. Klar. Wir gehen zurück. Aber du. Geh mit ihr diese Zeit. Ja, machen wir. Dann reden wir mit ihr. Sie scheint dich ja nicht unbedingt zu mögen, lieber Ted. Meine liebe Fixie. Ich brauche deine Hilfe. Ma'am, wir brauchen deine Hilfe. Hm. Lass mich sagen. Du sprachst, dass du ein peiner Manns Auto gehst, aber dann Ted sie zerbricht. Und dann ein wilder Tiere wahrscheinlich sie und sie rief. Okay. Wow. Das ist... Das ist genau das, was passiert. Es war ein Seagull. Und er flieh weg. Was auch immer, Bozo. Hier ist ein Schrauber. Du kannst das benutzen. Danke, Ma'am. Mache sicher, dass du es zurückbringst. Ich bin hier nicht eine Schrauber-Charität. Hä? Wie geil. Hä? Woher weiß sie das? Als wäre sie dabei gewesen. Hat sie eine Wanze versteckt hier irgendwo. Hä? Wie krass. Hä? Okay. Dann schrauben wir das Ding halt so auf. Die sieht schon locker aus hier, der Zaun. Oh, ja. Oh, jonge. Echt jetzt? Oh, mein Gott. Are you okay? Sure. Sure. I'm fine. Are you though? Yeah. 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 You. I'm fine. Okay. Well, you failed miserably, but somehow it worked out even better. What do you? Look, you've been decommissioned the dogs. What? What dogs? Let's go, kid. You sure you're okay? Oh, sehr geil. Wie gut. Hello. Hello. That's weird. What is? Let's see if we can fire this thing up. Yeah. Yeah, sure. Einmal alle wecken. Sehr gut. So, wir sind drin. Fired. Loafers get fired. Was ist Loafers? Was heißt Loafers? Freunde, vielleicht seid ihr schneller als ich. Guten Morgen. Ja, Franzi ist auch noch da. Mensch. Franzi, vom Razi kannst du noch ein bisschen was lernen jetzt. Hehehehe. Loafers. Hä, was ist das für ein Wort? Gibt's gar nicht im Englischen. Also, das kann zumindest nicht auf Deutsch übersetzt werden. Was ist Loafers? Weiß das einer? Also, mein Übersetzer kennt's nicht. Äh, wär nicht die erste, die ich ausbilde. Was soll das heißen, ich bin? Aber, Franzi, darum geht's nicht. Da, nein, oh Mann, oh, verstehe ich mich nicht falsch. Felix! Du oller Schießhund, kaputtes Geländer. Es ist gebrochen. Ein bisschen ein Sicherheitsschutz. Wir können das nutzen. Ja, nimm' wir. Wie geht's dir? Ja, nimm's doch. Dann gehen wir an die Konsole. Ich weiß doch, dass du immer da bist, Franzi. Darum ging's ja auch nicht. Gut und selbst. Ja, doch, bei mir geht's soweit alles, äh, ist eigentlich alles gut. Dankeschön, Dankeschön. Das sieht aus wie ein Power-Schutz. Okay. Let's get to work. Endlich arbeiten. Ah, das, das wollte ich machen. Man nennt's ja auch Carrie Franzi. Ich weiß nie, wie ich dich verstehen soll. Oh Gott, wo muss ich hin? Ich weiß grad nicht, was das hier so macht. Ah, ja. Hm. Einer der Schritte sollte falsch sein. Hm. Hm. Es gibt einige Noten auf der Seite. Soll ich die Ordnung von diesen? Nein. Ich weiß, das ist leider nicht so richtig. Hm. Drei von diesen sind in einer Richtung gelockt. Nein. Es geht immer in die selbe Richtung. Aber die Frage ist, welcher ist das hier, ne? Woran erkenne ich denn, was hier passiert ist? Das geht auch in die Richtung. Ich muss fokussieren. Okay. Let's go. Der Minus macht es runter. Okay. Ich will adjustieren. Das Minus lässt sie weniger werden. Okay. Das ist nicht es. Ich habe irgendwo ein Fehler gemacht. Hm. Drei von diesen sind in einer Richtung gelockt. Ich glaube nicht. Die Frage ist, welcher ist das? Hm. Was? So. Der geht trotzdem hoch, ne? Eine der Schritte muss... Der Minus macht... Alles. Aber das nächste Woche beim Rammstein... äh nächstes Jahr am Rammstein-Konzert in Wien... Boah wie geil. Sehr cool. Okay, dann geht das hoch. Boah ist das ekelhaft, ne Leute? Das ist auch falsch. So, jetzt wo ich Antworten von meinem Silkeleiter hab, konnte ich meine Rechnung für die nächsten Monate vervollständigen und weiß jetzt wie viel ich dieses Jahr spenden kann. Oha! Das ist der nicht. Erinnert mich an die guten alten Nintendo Games. So. So, warte mal jetzt nochmal. Da müsste der eigentlich runtergehen. I need to focus. Okay. Nein, gar nicht, warte mal. So. Der muss... Ja, ja, ja. Der. Der. Warte mal. Okay, ein, zwei, drei. Das ist dann der. Hier ist richtig, geht runter. Genauso wie der geht runter. Dann muss der aber nach... Links. Der bleibt... Okay, den können wir... Der ist egal. Dann muss der da rum. Ich guck mal. Na. Nein. Der muss andersrum. Hm. 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 Okay, jetzt. Jetzt sollte es klappen. Da da. Nicely done. Sehr gut gemacht, Ted. Okay, das klingt gerade nicht so geil. Okay. Ist Skinner benutzt Roboter-Relais, um seine Kopfschmerzen zu produzieren? Es scheint so. Holy Christ, das ist ein großer Typ. Aber wir können noch keine Befügtung kommen. Die Befügtung ist hier, Ted. Nicht alles. Ich muss in sein Büro kommen. Ich sah etwas früher, das mein Interesse pükt. Was ist dein Plan? Hm, ich bin noch nicht sicher. Aber es wird schrecklich sein. Kannst du das auch mitnehmen hier? Wie? Okay, können wir nicht. Schade. Bewegungsmaschinerie. Es ist eine Assemblies-Line. Dieses Ort ist groß. Ich sollte einen Konsol-Feder benutzen. Okay, wir sollten vielleicht den Strom wieder ausschalten. Nee, können wir nicht. Okay. Okay. Wir können nicht gehen. Mie band. Können wir jetzt gehen? Nee, immer noch nicht. Wir können es nicht ausschalten Fliessband, Fliessband Ah, so ist das! Ah, er will gleich rüber Ich müsste schon längst petten, hab bauen eine 24-Stunden-Schicht in einem Rohrbruch, ach du Scheiße Wo hat der denn die Buddel her? Wo hat der denn die Buddel her? Bulby, ich will Bulby mitnehmen Wie geil ist das denn? Okay, wir gucken mal den Müll Ja, es ist Trash Da ist bestimmt irgendwas drin Hallo da! Es sieht aus, wie jemand versucht, diese Wahrnehmung zu nehmen So Seiten eines Dokuments Hm, Skinner versucht, das zu entfernen Wer nimmt es? Es ist ein Telefon Okay Ich denke, das ist es Dann machen wir das Oh, Puzzle Ich liebe Zeit Der Stream ist aber wichtiger als schlafen Oh Ich fühle dich mal weggeklingelt Um 4 Uhr Oh, ach du Scheiße Wir müssen seit 2 Stunden schlafen Ach du Heiliger Ja, das ist äh Ich bin euch wirklich dankbar Wenn ihr mir so lange zuguckt Aber Leute, wenn ihr pennen müsst Dann geht bitte pennen Nicht, dass ihr da irgendwie Probleme bekommt Ich fühle mich wirklich geehrt Wenn ihr mir zuguckt Also gar keine Frage Aber riskiert damit nicht irgendwie Dass ihr Äh Morgen echt K.O. seid Das muss nicht sein Das muss nicht sein, mein Lieben So Okay Nee 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 Jetzt packen wir mal da hin Äh, hab heute Mittagsschlaf gemacht Und bin deswegen noch wach So langsam werde ich aber auch müde Also keine Sorge Ich mach tatsächlich auch nicht länger als 24 Uhr Na, also ihr werdet dann auch nicht mehr so viel verpassen Na, mit so einem kleinen Blick auf die Uhr Sehe ich ja auch, dass es schon spät ist So ist das ja nicht Okay Dann haben wir das hier Das hier Wir haben auf jeden Fall das hier schon mal das kann da rein Das hier nicht Das auch nicht Das Führt da ran Das nicht Nein Ja, man denke immer dran Immer erst den Rand an, ne So Eine schicke Unterschrift Das ist ein Das ist ein Ja, das ist ein Das ist ein Da. 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 Und da. Bingo. Ich muss den Locken kenne. Ich durfte heute eine 90 Kilo schwere Duschtasse im Zweiten ohne Lift setzen. Oh geil. Hattest du also, äh, Notdienst, ja? Oh, sehr gute Entscheidung. Solltest du machen, dann sieht man dein, äh... Ja, wenn sie sagen, es ist Kunst, dann ist es Kunst. Du solltest es aber vielleicht tatsächlich tun, damit man nicht sieht, dass du das warst. Und das alleine. Ja, das ist ein Jackpot, muss ich sagen. So. Ich komme hier natürlich nicht raus. Oh, das war ziemlich die Flugzeuge. Ich hoffe, der Kind ist okay da unten, bei ihm selbst. Okay. Die Frage ist, wie kommen wir zurück, ne? Lichter und so. Ich bin wirklich nicht interessiert. Ausstieg, Telefon. Dokumente gehen. Nichts, nichts, nichts. Weiß ich nicht, ob die irgendwas mit dem Dokument machen sollen. Nah, I'll need a hand. Nee, anscheinend nicht. Können wir das nehmen? Nah, that thing gives me the credit. Nee, nimmt er nicht. Stanton, is that you? Ja, es ist Ted. Wie ist Barb? Gut. Gut. Listen, ich muss sprechen mit dem Kommissioner. Es ist wirklich wichtig. Sure, ich werde. Danke, Champ. Lock. Es ist Ted. No. Wait. Wait, Gott, dammit. Ich habe news. No. Okay, fine. Fine. Ich bin in his office. Aber listen, ich habe ein paar Sachen hier. Ich muss jemanden hier zu checken. Es ist, dass gut old Smiley war behind den recenten kidnappings all along. Was? Ja. Ich habe ein paar. Das ist nicht wichtig. Jetzt ist es nicht wichtig. Will du listen zu mir? Ich bin in his production line. Und ich sogar fand eine paper trail, wobei er mit einem externen provider. Das ist richtig. Das stammt ist stealing robot relais und using sie für seine headlights. Believe mich. Ich kann nicht mehr. Ich kann doch nicht mehr. Ich kann doch jemanden hier mit ein Warrant und dann diese Ort aufwärts. Ja. Okay, fine. Ich bin auf dem weg aus. Ich bin auf meinem Weg und... Lock. Lock. Er ist nicht gut. Ha ha, quasi, Alter. Er scheint ihm nicht zu glauben. Besser ist. Okay, also gehst du ihn holen. Nein, noch nicht. Lass uns zurück zur Verpackung zuerst. Oh Gott, was ein Müll das war. Nach einem Zeitpunkt in der metaphorischen Schuhe, ein lichter Licht schien auf der Kasse. Ein Licht in der Form von Industrie-Lights-Manufaktur. Ein Luminarium. Smiley Skinner, der CEO, was ordering heaps of relays from an unknown source in order to stay ahead of the competition in this time of shortage. The only problem was, the relays he was ordering were being taken from his fellow robots, leaving their stripped husks all over town. Despicable. If you ask me. Not that anyone ever does, though. We were lucky enough, I guess, to come across Robbie Robotson, one of the most recent kidnappees. His missing relay brought us to Skinner's doorstep. And wouldn't you know it, we found his relay, among others, in Skinner's production line. Lock came through, surprisingly, and arrests were made. Smiley is facing some serious charges, and I hope he goes down for a long, long time. It's only fitting. On the other hand, I know we're not done yet. Even though Skinner's out of the race, he was just ordering the stuff. Someone else was the supplier. But who? I already know those two rotten trout are behind all of this. But they're not exactly the thinking types. Someone else is pulling the strings. Someone who knows how to stay out of the lights. I'll drag them out. Eventually. Right now, I have an accountant to resurrect. Hopefully, he'll have some more information regarding all of this. The kid turned out to be of great help after all. Not only does he have really good ideas, he's also fairly strong for his age. saving me from having to actually do... much. The thing about Amber shook me up a bit, I'll admit. And I understand now, why he was acting so weird. It's gotta be hard on the kid. Blaming himself like that. But as I told him already, it wasn't his fault. I know deep down Amber's going to be just fine. She always is. She's a fighter. And it seems both apples didn't fall far from the tree. These two kids. They just don't know how to quit. I got to admire that. And whoever the mysterious supplier is, will learn to fear that.